Sich zu Hause fühlen, auf Geschäftsreise oder im Urlaub. Dafür steht das neu eröffnete Hotel Wallern 4702. Nur zwei Kilometer von der Eurotherme Patschalerbach entfernt, aber auch die Messestadt Wels ist in zehn Minuten erreichbar. Modern, aber auch gemütlich eingerichtete Zimmer. Zum gemütlichen Plauschal lädt das Kaffeehaus ein. Für Vorträge und Workshops steht ein moderner Seminarraum zur Verfügung. Hotel Wallern.at Wir verstehen uns als Dienstleister in den Bereichen Anlagenbau, Montage, Service und Instandhaltung sowie Personalbereitstellung. www.zaunagrub.com Das Regional-Liga Mitte-Match gegen die UVB Vöckler Markt in Runde 20 ist für den SV Zaunagrub Wallern der Abschluss einer Derby-Triologie. In Runde 18 gab es zu Hause gegen St. Florian einen 2 zu 1 Erfolg. In der 19. gab es auf der Google gegen Leader und Aufstiegsaspirant Lars Glintz mit einem 0 zu 3 erwartungsgemäß nichts zu holen. Gegen die Mannen von Coach Hofer rechnet man sich da schon wieder mehr aus. Auch wenn die Vöckler Markter zuletzt zweimal vollpunkteten und sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschafft haben. Mit dem die Gschneidner-Boys mit ihren bisher erspielten 30 Points nichts am Hut haben. An die 600 Fans, die Hälfte davon Gäste aus Vöcklermarkt, sehen dann im Zaunagrub-Stadion eine von Beginn an äußerst aggressive UVB-Elf. Die sich nach einer schönen Aktion schon in Minute 6 eine hochkarätige Möglichkeit herausspielt. Für den Jukic-Stangler findet sich aber kein Abnehmer. Nur eine Minute später taucht Moser im SVW-Strafraum auf. Der Vöckler Markter hat zum Glück für die Heimelf sein Visier etwas zu hoch eingestellt. In der 13. Minute wird Jukic schön freigespielt, Walenskolli-Dandic ist rechtzeitig aus seinem Kasten und dann kracht's im Zaunagrub-Stadion. Nach einer kurzen Behandlungspause können aber beide weiterspielen. Die Zauner-Boys tauchen erst nach gut einer halben Stunde vor dem Gästeheiligtum auf. Aber dafür gleich mit einer Top-Chance. Pesirep auf Markovic, der knallt das Leder aus der Drehung über den Haarrandkasten. Fünf Minuten vor der Pause müssen sich die Wallener bei ihrem 1er-Dandic bedanken, dass sie nach einem Stöger-Freistoß nicht mit 0 zu 1 zurückliegen. Mit einem Superreflex verhindert er die UVB-Führung. Es läuft bereits die Nachspielzeit von Hälfte 1. Da gibt's noch einen Freistoß für Vöckler Markt. Pascal Stöger schlägt die Kugel in den Heimstrafraum. Die Gschneitner-Elf bringt das Leder nicht aus der Gefahrenzone. Und so sagt am Ende Edin Ibrahimovic Danke. Das 1 zu 0 für die UVB Vöckler Markt in der 46. Minute. Kurz darauf geht's in die Kabinen. Vöckler Markt führt in Wallern mit 1 zu 0. Sich zu Hause fühlen. Auf Geschäftsreise oder im Urlaub. Dafür steht das neu eröffnete Hotel. Wallern 4702. Nur 2 Kilometer von der Eurotherme Bad Schallerbach entfernt, aber auch die Messestadt Wels ist in 10 Minuten erreichbar. Modern, aber auch gemütlich eingerichtete Zimmer. Zum gemütlichen Plauschal lädt das Kaffeehaus ein. Für Vorträge und Workshops steht ein moderner Seminarraum zur Verfügung. Hotelwallern.at Wir verstehen uns als Dienstleister in den Bereichen Anlagenbau, Montage, Service und Instandhaltung sowie Personalbereitstellung. www.zaunagrub.com Frühjahrsmesse 2014 in der Toskana Gmunden Von Freitag 28. bis Sonntag 30. März Alles für Gartenhaus und Freizeit Der Frühling ist bereit www.frühjahrs-messe.at Geh hin! Heiße Eisen! Die Parade der Lambacher Pferdewirte Am Sonntag, den 6. April 2014 ab 14 Uhr im Pferdezentrum Stadl-Paurer Schnell noch die letzten Karten sichern abz-lambach.at Galsbacher Fußballcamp 2014 vom 8. bis 11. Juli Für Kids im Alter von 6 bis 15 Jahren Alle Infos und Anmeldung unter sk-galsbach.com 5. Juli 2014 Das große Open Air des SV Pichl 120 Minuten Best of the Best Peter Cornelius und Band Alle Infos und Kartenbestellung unter sv-pichl.at In Hälfte 2 sind gerade einmal 6 Minuten gespielt Da sehen die 600 im Zaunergrub-Stadion diese Szene SVBs Renner im Zweikampf Und dann im Clinch mit UVBs Rohrstorfer Der Vöckler Magda klammert sich an den Wallener Renner mit etwas ungestümmen Befreiungsaktion Und dafür gibt's zur Überraschung aller Den roten Karton Von Schiri Manfred Erlinger Eine wohl etwas überzogene Strafe Für diese Aktion Danach wird das Match Zeitweise unnötig hektisch So muss auch Kutsch Schneidner Hinter die Bande Und das, obwohl Zeugen nachher berichten Dass nicht der SVB-Trainer Sondern ein Feen heftig reklamiert hat Über all diese Dinge Ist der Zaunergrub-Coach Natürlich not amused Es war viel Aufregung umsonst Die Aufregung rein alleine Der Schiedsrichter reingebracht Es war weder ein gehässiges Darby Noch sonst irgendwas Es war ein ganz normales Fußballspiel Leider Gottes hat halt der Schiedsrichter Das muss ich jetzt einmal ganz offen und ehrlich sagen Das Spiel in eine Richtung geleitet Und das war in dem Fall nicht unsere Vöckler Markt behält die Nerven Macht hinten dicht Und hat bei Kontern die Chancen Zu weiteren Treffern Jukic trifft in der 71. Minute Nur die Stange des Dandic-Kastens Drei Minuten später Muss Moser das 2 zu 0 Für die UVB machen Findet ihn Dandic aber seinen Meister Apropos müssen Mit einem Mann weniger Hat Wallans Haselgruber Nach einem Zach-Huber-Freistoß Das 1 zu 1 am Kopf Den muss er reinmachen Tut's aber nicht Mächtig viel Stress Gibt es im Vöckler Markt Der Strafraum Auch noch in der 92. Minute Aber irgendwie Übersteht die Hofer 11 Auch diese brenzlige Situation Die UVB Vöckler Markt Gewinnt gegen den SV Zona Grupp Wallan Mit 1 zu 0 Und fährt damit Den dritten Dreier in Folge ein Bis zum Schluss heiß gewesen Es waren auch viele Emotionen Im Spiel drin Auch durch die eine oder andere Entscheidung Aber ich denke Unter dem Strich Haben wir verdient gewonnen Weil wir am Anfang In der ersten Halbzeit Die bessere Mannschaft War nur über 90 Minuten Geschenk Die mehr Chancen gehabt haben Und ja Es war ein ganz wichtiger Sieg Für uns Wir sind ganz schlecht In die Partie reingekommen Also Vöckler Markt War speziell in die ersten 20 Minuten Klar die bessere Mannschaft Hat auch gezeigt Warum sie die letzten Spiele gewonnen hat Wir sind mit der aggressiven Spielweise Lange nicht zurecht gekommen Dann haben wir das Spiel Halbwegs in den Griff gekriegt Dann haben wir leider Gottes Mit der 45. Minute das Tor bekommen Und zweite Halbzeit Ja dann haben wir gleich einen Ausschluss gehabt Und dann war es natürlich schwierig Ja aber Ich sage jetzt einmal Der Sieg geht Geht schon in Ordnung Ja Für den SVB Geht es jetzt am Freitag zum VSV Am Samstag, den 12. April Sind um 16 Uhr Die WRC Amateure Zu Gast im Zauner Group Stadion Die WRC Amateure Die WRC Amateure Die WRC Amateure Die WRC Amateure